Gehst du das Arschloch? Wie heißt er? Lobatka, Vertreter unserer Wirtschaft Was sagt er? 40 Stunden sind schon wenig, wir müssen mehr tun, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht hat man bald alles verlorne, denkt man mehr tut wie er Wer tut wie er? Wer im Lippen darf ich aufstehen, doch ist bald mal schon schwer In der EU Wie ist das jetzt schon alles zu fühlen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern an was ich so weinig will Wer macht da geh mal aufs Papier? Es war vor mir abarm Wir wollten eh schon so viel Geld, dass wir da Sticken brauchen Soll das da mal her? Wie mein Doktor fährt, was mal die Ruhe ist, voll schön Smartphones und ich hake ich sogar noch die Wo ist was in der Arena, was sie und wir wohnen amahnen, dass sie uns bringt Und dass jeder in der Gossen glaubt, es geht uns gut Wir wissen, ob man imponiert und in der Welt brennt schon längst der Uhr Denn jeder in der EU Wie ist das jetzt schon zu fühlen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern An was ich so weinig will Man muss da geh mal aufs Papier Ich kann mich nicht mehr daran erinnern Ich kann mich nicht mehr daran erinnern Ich kann mich nicht mehr daran erinnern Ja das ist so weinig will Man muss da geh mal aufs Papier Es war vor mir abarm Wir wollten eh schon so viel Geld Dass man da Sticken kann Danke.